Das Hotel Atria liegt in Milano Maritima in Atria. Das Hotel Atria ist beliebt unter den Gästen, 86% empfehlen das Hotel weiter. 43 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,9 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail. Gastronomie Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5,2 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Service Ein hervorragender Service wird Ihnen in diesem Hotel geboten. Das zeigt die Bewertung von 5,1 von 6 Sonnen. Hotel Allgemein Sowohl die Sauberkeit als auch der Zustand des Hotels wird von den Gästen gelobt, was sich durch eine sehr guten Bewertung von 5 Sonnen von 5 Sonnen widerspiegelt. Lage und Umgebung Die Gäste sind mit der guten Lage sehr zufrieden und vergeben 4,9 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme Für das gute Sport- und Unterhaltungsprogramm vergeben die Gäste 4,8 von 6 Sonnen. Zimmer Die Zimmer des Hotels werden gut bewertet und erhalten 4,5 von 6 Sonnen. In diese Bewertung fließen die Punkte Sauberkeit, Ausstattung und Größe des Zimmers ein. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.